Ich muss dir sagen, dass ich sehr berührt und sehr begeistert von dem bin, was ich da gesehen habe. Mit was für einer Ernsthaftigkeit und mit was für einer Präzision und Leidenschaft und Leichtigkeit du tanzt, ist wirklich einfach überwältigend. Und falls ich dir irgendwas mit auf den Weg geben kann, ich meine, ich mache das auch noch nicht so lange, dann bewahr dir genau diese Leichtigkeit und diese Leidenschaft immer bei. Halt das immer, halt immer daran fest. Das ist dein Gefühl und das ist dein Weg und du allein bestimmst darüber. Ja, vielleicht schaue ich dir mal irgendwann zu beim Tanzen, das wäre ganz schön, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal sehen. Ich bin Lea Sophie und das sind wir in Remscheid.